Hallöchen, meine Käseketten und willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2 Geschichten aus der Spatzenstraße. In der letzten Folge, gut, waren mehr Todesursachen wie alles andere, aber das Leben geht weiter. Und jetzt sind wir wieder bei den Lautnarns, so wie ihr es schon seid, es regnet wie Sau. Und wir wollen jetzt nicht weiter lange umherlabern. Wir beginnen Intro. Was hat Jenny Bear jetzt gerade gemacht? Vor allen Dingen, was macht die hier noch? Ach, hier ist immer noch der alte Speicherstelle. Ach, hat Gabe Sperber begrüßt und findet sie noch heiß. Ciao, das ist Benedikt und Mathilda. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Lisbeth, genau. Ich bin jetzt nicht auf den Namen gekommen. Also einmal das Grüßen. Wer pfeift denn hier? Hier, Sophia, geh mal weg vom PC. Alter, was macht denn die alles kaputt? Die macht den PC kaputt, die macht das kaputt. Und dann gucken wir mal, was die Nachbarn so machen. Zocken. Was ist denn das? Ach, Lexa ist das. Die haben fast alle mal die gleiche Haarfarbe. Ich hätte das mal ein bisschen variieren müssen. Wer hat hier gerade geweint? Er hier, oder was? Irgendjemand hat gerade geweint. Halt, der kann doch, warte mal. Wir können uns doch beschweren. Ey! Kapaturanfragen. Du verschwindest jetzt nicht, mein Freund. Du bist der Vermieter. Das Klo ist kaputt. Goodbye. Ich sag, unser Klo ist kaputt und er verschwindet trotzdem. Was ist das hier? Löwe Brand. Das ist auch ein sehr cooler Name. Wird schon wieder hier ein Arbeitskollegen mitgebracht. Na gut, aber jetzt kannst du dich hier mit der unterhalten. Ne, nicht... Ja gut, Tratschen, Tratschen tun. Wir waren aber ja sowieso immer, also... Hey, ich hab gehört, du arbeitest in der Branche, wie klein auch die Welt ist. Das ist für ein toller Zimmer, Sophia. Wir müssen bald mehr Lohn do... Warte mal. Hey, ich habe gehört, du arbeitest in der Branche Verbrecher. Da sieht man mal, wie klein die Welt doch ist. Ich habe ein paar Freunde, die in der Branche Verbrecher arbeiten. Hä? Ist doch meine Kollegin! Die habe ich doch schon das zweite Mal mitgenommen. Was macht der Wolf hier drinnen? Wie ein Kläfter an? Meike, oder was? Und Gabe steht da, wie bestellt und nicht abgeholt. Will den den Hund streicheln, oder was? Wo ist denn von denen das Telefon? Haben die überhaupt eins? Doch, haben sie. Ach, den kannst du anrufen, okay. Okay. Job kündigen. Jo. Ich brauche zumindestens ein Sim, der man mit dir spielt. Die ganze Zeit mit... Ich könnte zwar jetzt auch einen Mitbewohner holen. Hatte ich noch nie gehabt, einen Mitbewohner. Den kann man doch nicht steuern, ne? Mitbewohner sucht. Jawoll! Das machen wir! Mal was Neues ausprobieren. Ja, ich möchte eine Mitbewohner. Das wäre cool. Dann kriegen wir mal einen Mitbewohner. Mal sehen, wie der sich mit den Nachbarn besteht. Oh, er repariert unser Klo. Ja. Hör auf zu schlafen. Geh mal. Kannst du den Arbeitslögen tragen? Jetzt. Der repariert sogar unseren PC. Ist ja geil. Aber ich brauche mich ja nicht zu kümmern. Zum Mittagessen. Hier ein Sandwich. Da fackelt es jedenfalls nicht die Küche ab. Oder in den letzten Fällen immer zu die Mikrowelle. Der ist immer meistens hier oben. Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Was heißt hier schockieren? Wie es sich freut. Oh ja. Ich räche mich an ihn. Was ist denn hier eigentlich schockieren? Hä? Das ist schockierend. Das bin aber jetzt nicht ich. Kannst du ihnen sagen, haha, ich habe mit deiner Frau geschlafen? Nee, das geht ja nicht. Wertschätzt schon. Ich glaube, es hackt. Hier wird jetzt nicht geschlafen. Ganz so später. Kannst du mal aufhören zu pennen, Junge? Nimm mal ran. Computer? Oh, ich habe mich jetzt schon gedacht. Hat mir das Familienrecht. Faul, ernst, mürrisch, nett. Hm. Schuhe an Kraft. Der passt irgendwie nicht zu dieser WG. Der wird total untergehen hier. Nee. Dann lieber einen anderen. Ah, jetzt können wir gucken. Gordon. Das war er, den wir ja schon. Brodbeer. Ernst, ist der? Aktiv schüchtern. Was ist das? Löwebrand ist doch Senior. Da stirbt uns doch schon weg. Stadträtin. Die nehmen wir. Der mag doch Frauen. Und nun, kommt sie jetzt? Ich dachte, die können wir nicht steuern. Ach so, kann man auch nicht. Okay. Man kann aber sehen, was sie... Oh, kommt sogar mit dem Köfferchen. Ist ja süß. Oh, jetzt geht's ja los. Was sagt sie? Beschwerde anhören. Wegen was denn? Das fühle ich jetzt zu wissen. Weshalb beschwert sie sich denn? Ist man so laut? Alter, was willst du von mir? Es ist 6.37 und 6.07 nach oben. Ich kann dich doch eh nicht steuern. Gefeuert werden, Geld verdienen, 100 Simoleons. Willst du sie ziehen? Es gibt eine Mitbewohnerzufriedenheit. Okay. Momentan sieht es doch gut aus. Sie entflegt es noch für Sachs, dass sie alle Bedürfnisse für Frieden sind. Ansonsten ziehen sie nämlich aus. Naja, gut, dann ist es so. Die hat es mit ihrer Kollegin. Es ist aber die gleiche. Gibt es wohl nicht so viele oder was. Auch gut. Die danzt erst mal hier schön ab. Jetzt schließen wir die Einrichtung ab. Wenn ihnen die Zeit noch passt, wählen sie okay aus, um loszulegen. Hä? Was willst du von mir, Windows 10? Warum wusste ich, dass das passiert? So. Da bin ich wieder. Nichts geht irgendwie immer zwischen einer Folge oder bei einer Folge, wenn der PC nicht abstürzt. Oder Windows 10 irgendwie wieder Scheiße baut. Ich habe es wieder vorgespielt und hier Herr Maike hat irgendetwas vor. Ich kann mir schon vorstellen, was. Sag ich doch. Weiß nicht, wie lange es hier dauert. Und wir haben eine neue Mitbewohner, weil die andere ist leider nicht mit dabei gewesen, weil ich habe nicht gespeichert. Nein, 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 nein. Jetzt reicht es mir. Ich sage, spannst du mir meine Frau aus oder das? Ich muss das ausgerechnet jetzt dunkel werden. Ach, da kommt wieder Feeling hoch. Es war diesmal nicht Liesbeth, die gegen Iggy, äh, gegen Iggy oder Santos Camp, ne. Gegen Iggy hat es immer was gehabt. Wieso? Kommt ihr beide klar? Gabe? Michael? Alles in Ordnung? Ich schau wieder. Ich schau wieder. Guck mal, hier bei den schwerwassers Tag der offenen Tür können wir ja eigentlich reingehen. Ach mein. Niemand da, außer der Vermieter, der gerade am Zockertisch ist. Wieso sind sie hier eigentlich alle krank? Grippewelle? Corona hat hier schon seinen Dienst getan, oder was? Ne, Santos ist wieder gesund und dann ist er wieder krank. Äh, was war das jetzt eben? Das Spiel überrascht mich immer wieder. Mit Bugs und Glitches. Windows 10 kommt mir dieses Spiel irgendwie nicht so richtig zurecht. Oder meine Grafikkarte. Eins von beiden. Oder beides. Was willst du von mir, Windows 10? Warum habe ich das gerade sehr laut gesagt? Was macht unsere gute Edeltraut denn? Wo kommt denn der Hund schon wieder her? Mausi. Hä, den kenn ich irgendwo her. Warte mal. Geh weg. Was macht sie hier? Bootengänge machen. Okay. Aufträge. Ach bestimmt hier. Das ist ja ein NPC. Vielleicht macht die ja jetzt so ihre... Es hängt die wieder in irgendwelchen Gemeinschaftsgegenden umher. Wo ist denn das für die Kerle? Geh doch mal in die Dusche. Ja, zieh es dir rein. Auch hier ist sogar Gabe. Sogar die Nachbarn sind hier. Warte, hier sind welche. Warte, hier sind welche. Warte mal. Kann ich hier? Warte, 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 warte. Hier. Tächte mich. Baby machen mit Santos. Kriegen die anderen das dann so mit? Oder nicht so? Wo? Weißt doch nicht warum das so im Sinn gesucht ist. Wir sind überhaupt in der Wasser. Wir sind einfach ein Bücherregal und halt diese Sachen hier geklaut. Das ist total eigentlich schwer drin. Alter. Hier steht eine Stereoanlage von so... vom Wert von so 900 Simoleons. Hier 1200, 1500. Und das nimmt er nicht mit. Aber ein Scheißbücherregal und so ein Rotz. Oh no no no. Die Beweiser. Eine Animation festgehalten habe ich heute. Weil ich diesmal jetzt schon kiel. Wie sieht die Tüse duke aus. Ein Grafikfehler. Wie immer. Meine blöde Grafikkarte gibt langsam wirklich den Geist auf. Ich glaube es wird doch mal Zeit für eine neue. Hier. 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 Fahrsstand jetzt nur da. Da hat seine Frau gedacht, dass jetzt wird er erst geschlagen. Aber sieht vor dem ganzen Elfen von Michael... Du bist schon ne Gegenteil! Ich bin zu viel Maikel guckt. So richtig. Haha, ich zock euch alle ab. Ihr wisst nicht, was ich drauf habe. Das Gesicht. Duschen. Irgendwer prügelt sich doch schon wieder. Wer soll das wohl sein? Iggy mit Lisbeth kann es schlecht sein, wie Lisbeth nicht mehr existent ist? Kannst du doch eher sein? Ich muss dich auch nicht! Blöder Durchschlag! Warum ist er kaputt gegangen? Jetzt muss ich den Mietern das anheben. Jetzt muss ich das den Mietern auch noch plächeln. Warte. Wir müssen das verspeichern. Weil der PC hat manchmal solche Macken, dann stürzt der nämlich ab und darauf habe ich keine Lust. Ja, wir jubeln! Warte. Was? Zwei Babys? Ach du Heilige. Da haben die beiden sich was vorgenommen. Man sieht nicht. Man sieht nur ne graue Mauer. Man sieht nur ne graue Mauer. Ei! Ei. Historical Man zu fragen. Du musst dich schreben. Horst auf! Nur Chrisch. ein klein bisschen mehr Leben reingehaucht wurde. Ja, und ich sage jetzt auch erstmal schauen wir uns dann in der nächsten Folge von die SIP2-Geschichten aus der Spatzenstraße wieder. Dann gehen wir rüber zur nächsten Familie. Währenddessen werde ich offscreen die Babys zu Kleinkindern oder vielleicht sogar schon zu Kindern machen. Mache ich vielleicht bei den Sperbers auch gleich. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.